Willkommen zu diesem Video. Ich verrate dir 10 Werkzeuge, mit denen du dich in der Corona-Krise perfekt aufstellen kannst. Wenn du als Unternehmer sagst, hey, das ganze Thema Digitalisierung haben wir bisher vielleicht ein wenig verschlafen, dann ist dieses Video genau das Richtige für dich. Ganz wichtig an der Stelle, das ist kein gesponsertes Video und das bestimmt auch keine Reihenfolge. Vielleicht kennst du sogar das ein oder andere Werkzeug schon. Die Frage ist, wie nutzt du es? Und deswegen gehen wir jetzt mal diese 10 Werkzeuge Schritt für Schritt durch mit den unterschiedlichen Einsatzmöglichkeiten, die dir zur Verfügung stehen. Das erste Werkzeug und zwar Zoom. Zoom ist wahrscheinlich das momentan gefragteste Werkzeug, um Telekonferenzen umzusetzen. Es funktioniert relativ simpel. Du nimmst Zoom, schickst es einfach jemandem als Link rüber. Er braucht sich da nicht anzumelden, braucht keine App vorher großartig zu installieren. Die läuft direkt über Chrome zum Beispiel und dann kann derjenige per Kamera, Ton oder entsprechend per Chat an der Konferenz teilnehmen. Für sehr, sehr schmales Geld gibt es entsprechende Erweiterungsfunktionen. Das, was ich persönlich an diesem Werkzeug extrem gut finde, ist, dass es zum einen unglaublich stabil ist, egal wie schlecht die Verbindung ist. Bei Zoom kriegst du immer ein Signal und sie sorgen auch dafür, dass die Kommunikation entsprechend gehalten wird. Und auf der anderen Seite ist es wirklich simpel zu nutzen, egal was für ein Gerät du hast, egal wie technisch intelligent du bist oder auch die Personen, die auf der anderen Seite sitzen, die dir zuhören sollen. Du kannst mit diesem Werkzeug extrem viel machen. Deswegen hier einmal die Einblendung zu dem Zoom-Werkzeug. Wir werden es auch entsprechend hier verlinken, damit du es gleich für dich nutzen kannst. Werkzeug Nummer zwei, WhatsApp. Nahezu jeder hat es. Millionen und Abermillionen von Nutzer sind auf dieser Plattform. Das, was viele dabei nicht nutzen, sind zwei ganz, ganz wichtige Funktionen. Die erste Funktion, eine Gruppe zu erstellen. Denn du kannst jetzt natürlich auch Arbeitsgruppen erstellen oder deine Teams entsprechend so zusammenbasteln, dass die Leute dort ganz, ganz schnell und direkt miteinander kommunizieren. Vorteil ist, die meisten haben es auf ihrem privaten Telefon installiert und du bist unglaublich schnell, kannst auch mal eine Datei reinpacken, ein kurzes Video machen. Du kannst mit Voice-Messages arbeiten, die du entsprechend dort aufnimmst. Das ist aus meiner Sicht ein riesengroßer Vorteil. Der zweite große Vorteil ist, du kannst sogenannte Broadcasts erstellen. Das bedeutet, dass du ein und dieselbe Nachricht an verschiedene Empfänger sendest und diese quasi als private Nachricht angezeigt werden. Das geht meistens deutlich schneller, als allen eine E-Mail zu schicken oder entsprechend Verteiler aufzumachen. Und du siehst auch relativ zügig, ob die Leute das gelesen haben. Denn die zwei klauen blauen Häkchen verraten dir, ob deine Nachricht auch wirklich angekommen ist. Deswegen Tipp Nummer zwei, auf jeden Fall WhatsApp mit diesen beiden Funktionen nutzen. Das dritte Werkzeug ist Calendly. Calendly ist ein Werkzeug, das mir persönlich unglaublich den Tag vereinfacht hat. Als ich es kennengelernt habe, war ich ehrlicherweise sehr, sehr skeptisch, weil dieses Werkzeug ist dafür da, dass du Termine automatisiert buchen lassen kannst. Das bedeutet, du erstellst verschiedene Termintypen und dann schickst du einer Person, die mit dir entsprechend ein Gespräch, ein persönliches Treffen oder eine Abstimmung buchen möchte, einen Link. Diese Person hat dann Zugriff auf deinen Kalender, wo du vorher entsprechend die Verfügbarkeiten eingetragen hast und kann dann für sich ganz automatisch einen Termin bei dir buchen. Riesiger Vorteil und so nutze ich es zum Beispiel, meine Telefonzeiten sind beschränkt auf den Dienstagnachmittag und Freitagvormittag. Das heißt, außerhalb dieser Zeiten kannst du gar keine Telefonate mit mir buchen. Meine persönlichen Treffen sind begrenzt auf den Zeitraum von Dienstag bis Freitag und zwar nur in der Zeit von 12 bis 13 Uhr. Und in anderen Zeiten kannst du mich gar nicht persönlich antreffen. Und so ist es einfach, wenn jemand sagt, hey, ich würde mich gerne persönlich mit dir treffen. Wann können wir das machen? Zack, schicke ich ihm die entsprechende Linkkategorie rüber in mein entsprechenden Lokal, wenn es dann wieder auf hat und dann geht es dort entsprechend weiter. Also insofern passiert alles voll automatisiert. Du sparst dir die komplette Zeit der Abstimmung und du kannst so viel, viel schneller mit den Leuten auch interagieren. Denn in Kombination mit Zoom zum Beispiel kannst du dort auch einen Link hinterlegen, der einfach dafür sorgt, dass die Leute sofort sich in ein Teammeeting einwählen und mit dabei sind. Deswegen Calendly, meine dritte Empfehlung, spart dir unglaublich viel Zeit, nicht nur bei der Abstimmung, sondern auch für deine private Terminstruktur. Mein vierter Tipp ist Slack. Das ist quasi die Pro-Version in der Teamkommunikation. Ein Werkzeug, was in der Basisversion auch kostenfrei ist. Also du brauchst eigentlich nur eine E-Mail-Adresse und kannst sofort damit durchstarten. Slack ist quasi die erweiterte Funktionalität, die du bei WhatsApp hast. Du hast dort ein Nachrichtenprogramm, wo du verschiedene Räume aufmachen kannst, verschiedene Personen dort mit einladen kannst, aber du kannst auch direkt per Nachricht kommunizieren. Das Ganze funktioniert wieder auf allen Geräten, also auch mobil und du kannst darüber auch entsprechende Dateien und Links verschicken. Vorteil an Slack ist, es hat eine Suchfunktion. Das heißt, du kannst verschiedene Themenchannels aufmachen, beispielsweise wenn du sagst, hey, mein Vertriebsteam braucht einen eigenen Kanal, mein Marketingteam braucht einen eigenen Kanal und das Geschäftsführerteam braucht einen eigenen Kanal, dann seid ihr jeweils in den Kategorien und auch nur die Personen, die wirklich dabei sein sollen, sind dann in den Kanälen unterwegs. Darüber hinaus kann man auch offene Kanäle machen, wo jeder mitdiskutieren kann. So schaffst du quasi eine riesengroße Küche oder entsprechende Meetingräume, wo die Leute sich virtuell treffen können. Was ich, wie gesagt, zum absoluten Vorteil finde bei dieser Plattform, bei dieser Möglichkeit ist, ist es zum einen extrem schnell und wie gesagt, du hast eine Suchfunktion. Das heißt, wenn du dich fragst, hey, wir hatten noch damals diese Idee im Marketingbereich, weiß noch einer, wie das war, zack, 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 kurz reingegangen und dann gehen die ganzen Nachrichten entsprechend nach oben und du siehst, klack, hey, wir haben vor drei Wochen um die und die Uhrzeit genau dieses Thema diskutiert. Hier ist das Ergebnis, was wir damals festgehalten haben und auch Slack gibt viele Möglichkeiten, es entsprechend zu erweitern oder Dinge zu implementieren. Insofern aus meiner Sicht das mit Abstand beste professionelle Kommunikationswerkzeug, das du nutzen kannst. Kommen wir zu Werkzeug Nummer 5. Das ist MailButler. MailButler ist etwas, was speziell für die Mac-Anwender da ist. Es gibt auch ein Pendant für die Windows-Nutzer. Ich weiß es nur momentan nicht, weil ich selber Mac-Nutzer bin. MailButler ist etwas, was Outlook in vielen Teilen auch schon hat und mit Extended-Versions entsprechend auch umsetzen kann. MailButler hat den Vorteil, dass du siehst, wer hat deine E-Mails gelesen, du siehst, auf welchen Geräten, wie häufig sie gelesen worden sind. Du kannst die Erinnerungsfunktionen dort eintragen, du kannst E-Mails auch wieder zurückholen, zumindest in einem gewissen Zeitraum. Und so geht dir einfach nichts unter. Das heißt, die Verbindung aus Mac-Mail und MailButler sorgt dafür, dass du einfach mehr Übersicht behältst. Und was ich persönlich extrem schön finde, ist, du hast die Funktion, dass du E-Mails zu einem späteren Zeitpunkt versenden kannst. Das bedeutet, wenn dir irgendwie abends noch spontan eine Idee kommt oder du etwas unbedingt abarbeiten möchtest, dann kannst du es machen. Aber um 23 Uhr E-Mails verschicken ist jetzt vielleicht auch immer nicht das Beste, was man machen sollte. Deswegen kannst du einfach auf den Folgetag eine E-Mail entsprechend datieren und dann wird sie auch zu diesem Zeitpunkt rausgeschickt. Ich persönlich finde dieses Werkzeug unglaublich wertvoll. Ich weiß, Outlook bietet einige dieser Funktionalitäten, aber nicht im vollen Umfang. Deswegen hier einfach nochmal nachgucken, was genau du mit diesem Werkzeug-MailButler umsetzen kannst. Kommen wir zu Werkzeug Nummer 6 und zwar LinkedIn. Jetzt kann man sagen, ja, LinkedIn als Social Media Plattform, als professionelle Plattform, das kenne ich ja schon. Die Frage ist, wie intensiv nutzt du es? Es gibt nämlich die Möglichkeiten, dass du zum Beispiel über den Sales Navigator das, was du sonst auf Messen gemacht hast, das heißt, qualifiziert Kontakte anzuschreiben und auch entsprechend vorzusortieren, dass du das jetzt online machst. Gerade in der aktuellen Phase, wo es schwierig ist, wo alle großen Messen abgesagt worden sind, ist das eine extrem gute Plattform. Darüber hinaus, wenn du dein LinkedIn-Profil ordentlich aufpolierst, die richtigen Informationen reinpackst und es vor allem auch ansprechend machst, das heißt, dass du kurz und knackig den Leuten zeigst, hey, was ist deine Superpower, dann wirst du es auch deutlich leichter haben, mit anderen Personen in Kontakt zu kommen. Deswegen meine große Empfehlung, LinkedIn-Profil nochmal entsprechend aufpolieren, aktuelles Foto rein und dann dort ordentlich Gas geben und proaktiv auch mal Leute anschreiben. Das nächste Werkzeug ist Facebook. Als Unternehmer ist es sowieso notwendig, auf den Social-Media-Kanälen unterwegs zu sein. Du kannst zum Beispiel mit einer entsprechenden Profilseite, das heißt nicht deinem privaten Profil, sondern mit einer Unternehmensseite, kannst du dort nochmal viel mehr Menschen erreichen. Und egal, ob du jetzt im B2B- oder B2C-Bereich unterwegs bist, ist es einfach eine grandiose Möglichkeit, dort vorne mit dabei zu sein. Das heißt, wenn du dich bisher nicht so sonderlich um deine Social-Media-Kanäle gekümmert hast, dann solltest du auf jeden Fall bei Facebook dabei sein. Warum? Momentan sind die großen Werbetats von sehr, sehr großen Firmen raus, das heißt, da entsteht ein Vakuum. Zum aktuellen Zeitpunkt kannst du dort sehr, sehr günstig an Personen herantreten. Und, das wird häufig unterschätzt, Facebook ist ein eher älter werdendes Medium. Das heißt, für Leute, die 30 plus sind, hast du dort extrem gute Möglichkeiten, jetzt aktuell, wo sehr viele Menschen zu Hause sind, wo die Online-Nutzer extrem hoch ist, Menschen anzusprechen. Also nutze auf jeden Fall Facebook mit einer Unternehmensseite. Das achte Werkzeug ist Gmail. Ist auch etwas, was vielleicht den meisten geläufig ist. Die Frage ist einfach, wie intensiv nutzt du es? Gmail bietet dir die Möglichkeit, mit vielen zusätzlichen Werkzeugen entsprechend zu arbeiten. Eines meiner persönlichen Lieblingswerkzeuge ist zum Beispiel Google Forms. Dort kannst du entsprechende Abfragen relativ einfach darstellen. Du kannst dort Videoabfragen machen, du kannst verschiedene Klickfelder einbauen oder entsprechend auch direkte Abfragen mit Textfeldern. Das Ganze wird dann entsprechend einer E-Mail zusammengetragen und an dich geschickt. Du brauchst keine Homepage, gar nichts, du brauchst keine Programmierfähigkeiten. Du musst einfach nur, wie ein Sechsjähriger, verschiedene Felder zusammenschieben und diese beschriften. Zusätzlich kannst du das Ganze sogar in deinem eigenen farblichen Design anpassen. Diese ganzen Funktionen und noch viele weitere bietet dir Gmail. Zum Beispiel auch in der Cloud über Google Drive verschiedene Daten in sehr, sehr großen Mengen zu transferieren. Oder auch, dass du entsprechend viele Excel-Tabellen in die entsprechenden Dokumente online überträgst, auf die dann viele Leute Zugriff haben. Deswegen meine Empfehlung an dich. Schau dir nochmal Gmail wirklich genauer an. Schau dir an, welche Zusatzwerkzeuge dort verborgen sind. Und nutze die für dich wesentlichen Werkzeuge. Das neunte und vorletzte Werkzeug ist LexOffice. Als Unternehmer ist es extrem wichtig, dass du deine Steuern im Griff hast. LexOffice nimmt dir dort extrem viel Arbeit ab. Das heißt, du hast die Möglichkeit, automatisiert deine Buchhaltung erledigen zu lassen. Ja, du hast richtig gehört. Automatisiert. Das heißt, die Unterlagen, die du früher zu einem Steuerberater gebracht hast, müssen jetzt nur noch abfotografiert werden. Und dann werden diese automatisiert zugeordnet. Natürlich ist es gut, nochmal einen Profi rübergucken zu lassen. Aber 90% der Arbeit ist bereits erledigt, wenn du den Beleg abfotografiert hast. Das spart extrem viel Zeit. Und vor allem gibt es dir die Möglichkeit, viel, viel schneller Steuermeldungen zu machen. Eine Übersicht über deinen entsprechenden Kassenbestand zu haben. Und vor allem für sehr, sehr geringes Geld auch Finanzplanung zu machen. Und auf einen Knopfdruck kriegst du auch die aktuellen Zahlen gezogen, damit du einfach bei Bankgesprächen beispielsweise sofort den aktuellen Stand auch wirklich zur Verfügung hast. In diesem Sinne, einfach mal LexOffice anschauen. Und das zehnte und letzte Werkzeug sind Online-Banken. Stellvertretend möchte ich hier Holvi hervorheben. Holvi ist eine sehr, sehr coole Online-Bank, die zum einen extrem schnell der Anmeldung ist, mit allen großen Services verbunden ist. Zum Beispiel auch, dass du deine Daten von LexOffice in Holvi direkt übertragen kannst und auch entsprechend andersherum. Und es bietet dir die Möglichkeit, dass du komplett von deinem Smartphone aus sämtliche Bankgeschäfte steuern kannst mit verschiedenen Unterkonten, mit verschiedenen Spaces, wie es heißt, wo du entsprechend Kontenkategorien hast für Steuerzahlung, Rückstellung, etc. Das kannst du alles darüber steuern. Auch für große und sehr, sehr umfängliche Vorhaben hast du dort tolle Steuerungsmöglichkeiten. Deswegen meine Empfehlung, wenn du noch keine Online-Bank hast, dann diese auch entsprechend mal zu nutzen. Also, meine Empfehlung, geht zu Holvi. Das waren jetzt die 10 aus meiner Sicht wichtigsten Werkzeuge, die du als Unternehmer nutzen solltest, damit du entsprechend jetzt aktuell in der Corona-Krise perfekt aufgestellt bist. Meine Frage an dich ist, welches dieser Werkzeuge benutzt du bereits und was sind vielleicht auch noch die Themen, wo du sagst, hey, das fehlt mir noch. Das heißt, die 11, die 12, die 13. Schreib es mir gerne unter dieses Video. Nochmal, das war keine gesponsorte Folge. Das heißt, das sind alles Sachen, die wir komplett aus eigener Erfahrung heraus gemacht haben und Dinge, die wir empfehlen, von denen wir selbst extrem überzeugt sind. Wenn du dieses Video cool fandest, lass mir auf jeden Fall bitte den Daumen da und das Abo, denn hier folgen natürlich noch weitere coole Tipps für dich als Unternehmer. In diesem Sinne, viel Spaß bei der Umsetzung. Dein Raik. Dein Raik.